Eine der Funktionen, die euch in DaVinci Resolve wahrscheinlich am meisten Zeit sparen können, ist der sogenannte Dynamic Zoom. Wahrscheinlich ist er auch dem einen oder anderen schon mal über den Weg gelaufen. Allerdings kann dieser Dynamic Zoom noch viel mehr, als man vielleicht erst mal denken möchte. Und daher schauen wir uns heute mal an, was der Dynamic Zoom in DaVinci Resolve eigentlich alles kann und wie er euren Workflow noch viel besser, schneller und einfacher machen kann. Der Dynamic Zoom ist den meisten von euch wahrscheinlich schon mal über den Weg gelaufen, denn sobald man auf einen Clip geht, einmal in den Inspektor schaut und so ein bisschen nach unten seinen Blick schweifen lässt, findet man hier den sogenannten Dynamic Zoom. Standardmäßig ist der Dynamic Zoom ausgeschaltet. Das erkennen wir einmal an diesem dunkelgrauen Toggle hier. Wenn der orange ist, ist dieser Effekt aktiviert. Wenn er grau ist, ist der Effekt deaktiviert. Und Dynamic Zoom ist eben standardmäßig deaktiviert. Schauen wir uns als erstes mal unseren ersten Clip an, den wir gerne Dynamic nutzen möchten. Und Dynamic Zoom ist ja relativ einfach zu benutzen, denn alles, was wir machen müssen, ist, diesen Dynamic Zoom einmal anzuschalten. Dafür gehen wir jetzt in diesem Fall mal an den Anfang von diesem Clip. Es ist aber prinzipiell egal, an welcher Stelle ihr den aktiviert. Aber wenn wir den Dynamic Zoom jetzt aktivieren, dann sehen wir, dass wir aktuell direkt reingesprungen sind und einen Zoom-Effekt jetzt auf unserem Clip haben. Das Schöne an Dynamic Zoom ist, er nimmt immer den Zoom-Effekt auf unseren kompletten Clip. Das heißt, in diesem Fall zoomen wir jetzt von Anfang bis Ende und das ganz ohne Keyframes zu setzen. Denn Dynamic Zoomen passt sich immer der Clip-Länge an. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Dann sehen wir, wir zoomen ganz langsam nach draußen. In diesem Clip definitiv noch nicht wirklich schnell und das werden wir jetzt aber mal ändern. Und dafür gehen wir jetzt in die Einstellungen von dem Dynamic Zoom. Die finden wir hier einmal im Dropdown-Menü unter Dynamic Zoom. Wenn wir das Ganze einmal aktivieren, dann finden wir zwei Vierecke, die jeweils unseren Clip einmal darstellen. Und zwar sind die unterschiedlich farbig. Wir haben hier den Äußeren, der in diesem Fall rot ist und unser Innerer, der ist in diesem Fall grün. Grün bedeutet immer, das ist unser Clip-Anfang. Das heißt, wir zoomen in diesem Fall von unserem Clip-Anfang, also von weiter innen in unserem Clip nach weiter außen in unserem Clip. Das heißt übersetzt, wir zoomen nach draußen, wir zoomen raus. In diesem Beispiel eben auch noch nicht allzu stark, denn die Differenz zwischen den beiden Vierecken ist natürlich noch nicht allzu groß. Möchten wir das ändern, können wir beispielsweise ganz einfach mal das grüne Viereck nehmen und das deutlich kleiner ziehen. Sodass wir die drei Köpfe von unseren drei Personen hier noch in unserem Bild haben. Das heißt, das definiert unseren Start-Frame. Deaktivieren wir das Ganze einmal hier, sehen wir an dem Punkt in unserer Timeline, wie unser Zoom zu dem Zeitpunkt aussieht. Scrubben wir also am Anfang, sehen wir jetzt unseren Anfangs-Frame, genauso wie eben auch hier. Ihr seht es, wir haben hier einmal die drei Personen in unserem Frame und genau diesen Frame sehen wir jetzt am Anfang. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Ende. Wir gehen einmal an den letzten Frame, aktivieren wieder unseren Dynamic Zoom und sehen, unser Dynamic Zoom ist genau gleich am letzten Frame, wie in unserer Vorschau. Schauen wir uns das Ganze jetzt einmal an, dann sehen wir, wir zoomen jetzt sehr, sehr stark nach draußen in der Geschwindigkeit über unseren Clip verteilt. Möchten wir das Ganze aber ändern, können wir das natürlich auch ganz einfach machen. Und zwar, indem wir hier einfach einmal auf Swap drücken. Was jetzt passiert ist, können wir uns nochmal anschauen, indem wir das hier nochmal aktivieren. Denn, was durch diesen Swap-Button einmal passiert ist, es tauschen sich Start- und Endpunkt von unserem Dynamic Zoom. Und jetzt könnt ihr sehen, dass wir von unserem hellgrünen Balken hier außen zu unserem roten zoomen. Möchten wir übrigens auch den hellgrünen Balken hier einmal verändern, dann können wir das genauso machen. Das heißt, dadurch starten wir schon ein bisschen mehr rangezoomt und zoomen über den Verlauf von unserem Clip einfach noch mehr in die Footage rein. Was wir hier jetzt allerdings haben, ist aktuell ein sogenannter linearer Zoom. Linear heißt dabei die Kurve, die angewendet wird, auf diesen Zoom. Und wenn man Dinge animiert, sagt man in der Regel, dass lineare Animationskurven nicht unbedingt immer das angenehmste zum Anschauen sind. Viel besser dagegen sind sogenannte Ease-In- bzw. Ease-Out-Varianten von solchen Animationen. Und die funktionieren in der Regel nicht linear. Das heißt, wir haben eine lineare Beschleunigungskurve in unserer Footage, sondern wir haben eine sogenannte Ease-In-Bewegung. Das heißt, wir kommen langsam an, werden langsam schneller, sind dann relativ steil in unserer Beschleunigung in der Mitte, werden dann aber dementsprechend auch wieder langsamer zu Ende hin. Dadurch haben wir so ein bisschen eine flüssigere Bewegung und flüssige Bewegungen etc. sind ja eigentlich das, was wir in den meisten Fällen wollen. Denn alles, was irgendwie hart ist, genauso wie bei Blurs oder sonstigen Dingen, gilt es ja in der Regel meistens zu vermeiden, da es leicht ablenkt von dem, was man eigentlich darstellen möchte. Natürlich nicht immer, sondern nur in manchen Fällen, aber in der Regel ist Ease-In und Ease-Out nie eine schlechte Variante, sowas zu machen. Daher gehen wir jetzt auf unseren Clip und ändern den Dynamics Zoom Ease von linear zu Ease-In und Ease-Out. Ihr habt hier aber nicht nur die Möglichkeit für Ease-In und Ease-Out, sondern auch für nur in oder nur out, je nachdem natürlich für euer Projekt. In unserem Fall nehmen wir Ease-In und Ease-Out. Schauen wir uns den nächsten Clip mal an, sehen wir hier die zwei Personen, die in diesem Bett liegen und einen Tee in der Früh trinken oder einen Kaffee. Und hier hätten wir ganz gerne eine andere Bewegung. Denn ich habe es ja am Anfang schon kurz angeschnitten. Mit Dynamic Zoom können wir zwar zoomen und wir können rein zoomen und wir können raus zoomen. Allerdings können wir mit dem Dynamic Zoom auch ganz einfach pannen. Das heißt eine Bewegung von links nach rechts einfügen. Und das können wir entweder manuell machen, indem wir die Fenster beispielsweise mal versuchen gleich groß zu machen. So in etwa. Dann schieben wir eins nach rechts und das andere, indem wir hier einmal draufklicken, nach links. Und wenn wir uns das Ganze jetzt einmal anschauen, haben wir jetzt eine Pan-Bewegung von links nach rechts in diesem Fall. Das können wir natürlich auch ganz leicht ändern, indem wir hier einmal auf Swap drücken. Jetzt pannen wir von rechts nach links. Allerdings geht das Ganze auch noch deutlich einfacher. Zwar nicht in der Edit Page, aber dafür in der Cut Page. Denn auch die Cut Page hat die Möglichkeit, Dynamic Zoom zu nutzen. Falls euch diese Tools aktuell noch nicht angezeigt werden, dann liegt es daran, dass ihr hier die Tools einmal ausgeschalten habt. Schalten wir die Tools aber an, bekommen wir hier unseren Dynamic Zoom. Den wir hier in dem dritten Punkt einmal finden. Wenn wir den auf der Edit Page schon aktiviert haben, dann leuchtet das Ganze hier schon orange. Ansonsten ist es ausgegraut. Muss man einfach einmal einschalten. Und dann haben wir hier weitere Möglichkeiten für unseren Dynamic Zoom. Denn wir haben einmal hier die ganz normale Position. Indem wir das einmal drücken, haben wir jetzt die Standardausrichtung von unserem Dynamic Zoom. Gehen wir jetzt aber hier nach rechts, finden wir hier einmal ein Pan Preset und ein Angle Preset. Und schauen wir uns die beiden mal mit unserem ausgewählten Dynamic Zoom aktiviert hier an, sehen wir, was beispielsweise das Angle Preset macht. Das mappt nämlich automatisch unseren grünen Kasten an die rechte obere Ecke, unseren roten an die linke untere Ecke. Und dadurch haben wir sozusagen eine Mischung aus einem Pan und einem Tilt. Ein Tilt ist dabei die Bewegung von oben nach unten beispielsweise, also ein Schwenk und ein Pan kann die Bewegung von links nach rechts oder rechts nach links sein. Somit haben wir beides so ein bisschen vereint. Schauen wir uns das Ganze mal an. Sehen wir, wir zoomen ganz langsam von rechts oben nach links unten. Auch das können wir natürlich wieder switchen, indem wir einmal hier auf Swap drücken. Und auch hier kann man nachträglich die Position natürlich noch ein bisschen verändern. Dann kann man zum Beispiel eben solche Geschichten machen, wo man dann fast eine Kamerafahrt quasi hat. Ihr seht es, jetzt haben wir schon deutlich, deutlich mehr Bewegung in unserem Bild, bis wir irgendwann am Himmel sind und quasi die Person nur noch ganz leicht am unteren Bildrand zu sehen ist. Jetzt haben wir schon mal super viel zum Dynamic Zoom gecovert. Allerdings gibt es eine Sache, die ist noch ganz essentiell, denn unser Dynamic Zoom, der ist als einer der wenigen Effekte nicht sinnvoll kopierbar von Clip zu Clip. Und daher ist es umso wichtiger, dass wir dafür die sogenannten Adjustment Layers nutzen. Adjustment Layers, übrigens, falls ihr noch mehr wissen wollt darüber, findet ihr einmal hier noch ein Video rein zu Adjustment Layers, denn die sind wahrscheinlich mit einer der wichtigsten Tools, die es in DaVinci Resolve gibt. Mit denen kann man nämlich wahnsinnig, wahnsinnig viel machen. Und unter anderem kann man sie eben auch dafür verwenden, Dynamic Zoom drauf anzuwenden. Wir machen das Ganze mal hier wieder zu und wenden unseren Dynamic Zoom in diesem Fall für unser Auto, das hier durch die Wüste fährt, nicht auf diesen Clip an, sondern auf den sogenannten Adjustment Clip. Den aktiviert man genau gleich wie auf dem Clip auch und ihr seht es, wir haben bereits einen Zoom, in dem wir langsam rauszoomen, bis wir in unseren eigentlichen Clip übergehen. Und damit kann man mehrere Sachen machen, denn einmal können wir mit dem Adjustment Clip ganz einfach die Länge von dem Dynamic Zoom einmal bestimmen. Wir können den natürlich auch kürzer machen, dadurch wird der Zoom stärker, denn unsere Ausgangs- und Endpunkte, wenn wir die hier einmal aufrufen, die ändern sich nicht. Allerdings ändert sich die Dauer dieser Animation vom Prinzip her. Spulen wir das quasi einmal ab, sind wir jetzt deutlich schneller im Zoom, bis wir in unseren Clip übergehen. Allerdings ist das natürlich nicht alles, wofür wir diesen Adjustment Clip nutzen können, sondern wir können natürlich auch hier jegliche Bewegung von unserem Dynamic Zoom einmal einstellen. Das heißt, wir können auch hier sagen, starte bitte da hinten und mach das zu deinem Endframe, was in diesem Fall eben wieder rot ummantelt ist. Das heißt, jetzt haben wir einen deutlich stärkeren Zoom und am Ende einen Sprung. Ihr habt das gesehen, denn wir haben jetzt auch unseren Endpunkt, wie wir ihn hier haben, einmal verändert. Solche Sachen kann man auch damit machen. Allerdings der Grund, warum ich meistens Adjustment Clips für den Dynamic Zoom nutze, ist vielmehr der, dass ich das damit reduzieren kann. Denn indem ich die Taste Alt Option halte und einmal ziehe, kann ich diesen Clip natürlich duplizieren. Und der beinhaltet natürlich auch weiterhin meinen Dynamic Zoom. Und zwar genauso, wie ich ihn eingestellt habe. Und damit ist es mir möglich, diesen Clip ganz einfach so oft, wie ich möchte, zu duplizieren und jeweils immer auf neue Bereiche von meinen Clips in der Timeline zu setzen. Das funktioniert aber natürlich nicht nur bei Videos, wie wir es hier haben, sondern wir können das Ganze auch bei Fotos nutzen. Wir nutzen einfach mal eine Adjustment Ebene hier und schauen mal, was hier so passiert. Denn damit kann man auch ganz tolle Slideshows animieren. Ihr seht es, hier haben wir allerdings einen Clip beziehungsweise ein Bild, das nicht framefüllend ist. Und dann funktioniert der Dynamic Zoom natürlich auch. Allerdings haben wir rechts und links dann natürlich schwarze Bereiche. Möchten wir das verhindern und unseren Dynamic Zoom wirklich framefüllend mit unserem Bild nutzen, dann können wir ganz einfach hier mal unsere Bilder umstellen. Und zwar vom Scaling her. Falls ihr nicht wisst, wie Scaling in der Venture Resolve funktioniert, habe ich auch hier ein separates Video. Schaut es euch mal an. Scaling kann euch wirklich komplette Projekte nicht nur retten, sondern auch viel schneller machen lassen. Denn damit vergisst man nicht, bestimmte Dinge in der Größe anzupassen. Und auch Clip-basiert kann man das Ganze machen, indem wir hier einmal auf Scaling gehen und wir sagen hier einmal Fill. Denn dadurch haben wir jetzt jedes Bild einmal framefüllend, sodass wir keine schwarzen Balken nirgends mehr haben. Und jetzt funktioniert unser Zoom letztlich ganz genau gleich, wie wir ihn angelegt hatten in unserem anderen Bild. Lasst euch von dieser Ansicht in diesem Fall nicht verwirren, denn dadurch, dass wir hier ein überschriebenes Scaling haben mit Fill, sieht es hier ein bisschen anders aus. Allerdings könnt ihr euch hier einfach den Frame füllen vom Prinzip her ausdenken. Deswegen in diesem Fall setzen wir einfach mal den Dynamic Zoom zurück. Und zwar können wir das einfach mit diesem Punkt hier machen, indem wir das einmal aktiviert haben, setzen wir unseren Dynamic Zoom zurück. Und jetzt haben wir wieder die Standardwerte, die wir allerdings nur sinnvoll sehen können, wenn wir natürlich einmal unser Dynamic Zoom Werkzeug ausgeschaltet haben, haben wir jetzt einen ganz einfachen Zoom in diesem Fall, der von innen nach außen zoomt. Und auch hier können wir das Ganze machen. Wir duplizieren uns nochmal diesen Clip, ändern das Ganze, machen beispielsweise hier immer noch Ease In and Out. Und siehe da, wir haben schon eine ganz einfache Fotoanimation, die innerhalb von Nullkommanichts erstellt wurde. Und so einfach kann es letzten Endes sein, mit dem Dynamic Zoom in DaVinci Resolve verschiedenste Animationen durchzuführen, egal ob Foto, Video oder Outcard. Da seht ihr vielleicht, wo ich meinen Dynamic Zoom sonst immer noch nutze. Denn auch solche Sachen kann man natürlich mit dem Dynamic Zoom super machen, denn man kann ganz klar den Start und den Endpunkt definieren und damit genau framen, wo das Ganze hingehen soll. Falls euch das gefallen hat und ihr noch mehr Tipps und Tricks lernen wollt, schaut euch unbedingt mal die Folge zu den Adjustment Clips an. Denn mit den Adjustment Clips, da kann man ähnlich viel machen, wie mit dem Dynamic Zoom auch. Und die sind super universell einsetzbar. einsetzbar.